Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Wie ist es wohl, wenn man mit einem Boot durch die rauhe See fährt? Mach mir Blitze! Na, sind wir ein bisschen seekrank? Das Schicksal von Yolkos liegt in unseren Händen. Seid ihr bereit? Wir sind bereit! Nein! Wir sind eine Familie und damit können wir alles überwinden. Irgendwie! So und da!